ja hallo ihr lieben der ralf hier von living2go heute beginne ich mit meiner reihe wo habe ich übernachtet ich versuche jeden morgen ein update zu posten und ja zeige euch mal wo ich heute übernachtet habe live ist also nicht immer so toll wobei ich habe hier gut geschlafen war ruhig so eine anliegerstraße im düsseldorf zu kann man nicht meckern hier stellen viele ihre wohnmobile ab für die nächste reise ja also so habe ich diesmal gestanden